die 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 hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Netzwerk auf mc.2pixel.com wir spielen wie heißt es nochmal The Blocking Dead und wir gehen wie das locken was ok kann das denn ähm ah jetzt kommen die oder ich hoffe mal dass die anderen auch kommen ja jetzt kommen wir nochmal ok so also heute jetzt sind die server wieder freigeschalten also die andere server die waren hier hier abends bis in der frühe nicht mehr also zur wartung freigegeben deswegen ja und jetzt geht es aber wieder ja dann warten bis ganz viele andere kommen ähm warum kommen die so so langsam warum dauert das so lange wenn dann dann seht ihr immer wenn ich den knopf drücke dann kommen neue rein jetzt drücke ich ah ja jetzt ist der zehnte drin jetzt drücke ich wieder jetzt kommt gleich der elfte mal ich glaube nicht doch jetzt kommen die ganzen die ich vorhin gedrückt habe schon mal Spaß 30 Sekunden jetzt los auf dann ein da mt.hypixel.net ist diese riech steht auch in der beschreibung Ja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Und jetzt fallen wir erstmal runter, oder? Ich werde schon wieder da und... Ja, wohin gehen wir denn? Ich werde mal zu den anderen gehen, oder so. Oh man, ich kenn mich hier gar nicht aus. Das heißt, ich muss erstmal die Sachen suchen. Okay, was sind wir? Ah, hier sind wir. Dann gehen wir erstmal hier... ...Torsen im Feld, da kommen wir nämlich am Anfang hin zu uns. Und wir sind viele Küsten mit Essen. Und das ist ja das Wichtigste eigentlich. Und Moni natürlich. Ich weiß also ungefähr, wo die Küsten sind. Nicht ganz, aber eine ist noch da. Ups. Und dann ist noch eine bei dem Baum. Hm. Ja. Und dann ist noch eine bei noch nem Baum. Den weiß ich aber nicht, wo der ist. Oder? Hier müsste doch sein, dass die Küsten immer anders verbreiten. Aufgefüllt. Äh. Oh, oh, kommt da einer? Nee, gut. Da ist noch einer. Ja, noch mehr Arme. Und... Ah. Noch nicht. Nein. Ah, wir haben nicht was. Okay, das sind schon nicht wenige. Einfach Headshots geben. Oh. Danke. Ah! Oh, okay. Da kommt noch eine. So, Headshots. So, Headshots. Oh, danke. Gut. Ich geh mal wieder rein. Weil die Küsten müssen jetzt wieder aufgefüllt sein. Ich hab richtig viel Essen. Hier ist noch eine Küche. Ich hab ganz arme. Gut. Ich hab schon. Ähm, waren die hier, äh? Ja. Dann gehen wir mal zu den anderen. Oh. Oh, wie kam der denn dahin? Der ist Indie gespawnt. Der muss ja irgendwo gestorben sein, stimmt's? Wir müssen irgendwo die Items verlegen. Nein, warum? Hä? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Hä? Warum stirbt man denn so schnell? Okay, noch ne Runde. Aber das war jetzt echt gemein. Wir sind so schnell gestorben. So, dann gehen wir in eine neue Runde. So. 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 Um. Ja. So. So. Möbel. Wissen. Trink. So. Einstieg. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. um die die dann gehe ich mal unter mir ein bisschen essen ich komme jetzt an weil ich hab echt nie gegessen Und wenn man sich die ganze Zeit bewegt, dann finden sie zumindest nicht so schnell. Alter Mann, wie schnell schlagen die denn? Warum? Warum ist der so schnell? So, da sind wir wieder. Warte kurz. Äh, okay, da ist einer gestorben, wie wir die pumpen. Okay, sicher gut. Alter Mann, sind hier die einsetzen oder was ist hier los? Alter, jetzt kommen aber richtig viele. Ist einer gestorben, Gott? Dann haben wir die items in den... Hilfe! Gut, hier... Verdammt. Oh, und dann... Zack. Warte. Ja. Alter, der steckt in den. Oh, oh. Kacke, da ist eigentlich wieder zu gestorben. Geh, halt schon. Ich gebe dir an, ich euch jetzt nicht zu gestorben. Oh, ich kann euch nicht aus. Ja. Auch wenn die hier drin sterben, dann sterben die nicht hier drin. Oh, 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 es ist ja nicht... Uh, okay, Alter. Oh Gott, habe ihn. Alter, Junge, Mann, wie stark sind diese Zorni? Ich habe keine Zorni, die ich nicht mehr schreien. Ich habe keine Zorni. Ich habe keine Zorni. Ich habe keine Zorni. Warte ist der eine.. Nein... der Leg nicht weg... Ich bin dort... Ich bin dort... Ich bin dort... Ich bin dort... Ich bin dort! Du isst, jetzt überlebt... Weiter, Mann! Einfach auf der selben Höhe, jeden Fall hat er geblieben. So. Der ist eh nur da drin. Das höre ich doch. So, noch ein Heimstück. Kann ich reinziehen? So, er hat es noch mal ein Heimstück. So, noch ein Heimstück. Kann ich reinziehen? So, er hat es noch mal ein Heimstück. So, dann gehen wir mit dem. Weil, ja. Wow. Alter. Ich bin so brutal. Also, jetzt nicht. Jetzt geht es noch richtig leicht. Aber dann, nachher, wenn, ähm, wenn, äh, in sieben Minuten so ungefähr, da ist es dann richtig brutal. Da kommen sie, da wird man blind. Und dann kriegt man noch einen Schaden. Das ist so kacke. Das ist richtig schwer, so. So, jetzt. Jetzt. Jetzt werden wir gleich alle blind. Und. Ich. Ich. Wir. Wir. Und. Dann. Ich. Jetzt werden wir gleich die Enddorf. Und gleich. Keine Ahnung, was ich da bis Ende hab. Die lanciere. Die sind. Die, die. Die. So. 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 Gott, er wird hier vertreten und vertreten zu uns. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Nein! Oh, Scheiße, Scheiße. Nein, nein, wir sind rot. Ja. Anders hätte man's auch nicht mehr machen können. Ja, wir sind wenigstens einmal dritter. Aber der war echt... Das war jetzt so brutal jetzt grad. Das war echt so brutal, das Wesen. Kann sich's nicht mehr halten. Und bin nicht staubend. Ja, aber die schaffen das ja sehr, sehr gut. Die halten das lange durch. Aber irgendwann haben sie ja keine Money mehr. Und an die Kisten kommen sie nicht mehr ran. Außer an die eine hier. Aber sonst kommen sie an keine Kisten ran. Nein, geh nicht, geh nicht, geh nicht. Geh nicht weg, wenn ich dann will. Deswegen... Ja, ist jetzt auch gleich vorbei, wenn sie keine Money mehr haben. Ja, und... vorbei, wir sind dritter geworden. Einmal dritter. Und das würde ich sagen, war's dann. Für diese... Ja. Für heute. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns nicht mal wieder. Und... Ja, jetzt vielleicht noch kurz. Ja, okay, gut. Also... Ja. Dann würde ich sagen, wir müssen jetzt mal... Ja. Ja. Ja.